In diesem Video werfen wir aus der Perspektive einer bekannten Lerntheorie, der Operantenkonditionierung, einen Blick auf Computerspiele. Eine positive Verstärkung liegt vor, wenn durch Hinzufügen eines positiven Reizes ein Verhalten häufiger auftritt. Beispiel, wenn Pascal seine Hausaufgaben gemacht hat, darf er Computerspielen. Das Computerspielen ist also ein positiver Reiz. Das Computerspielen selbst kann hier also schon eine positive Verstärkung sein. Doch auch viele Computerspiele selbst sind so gestaltet, dass sie die Spielerinnen und Spieler belohnen. Belohnungssysteme sind in Computerspielen sehr häufig. Steigt Pascal ein Level auf, zum Beispiel in Warplaying Games wie Bordurski, oder gewinnt eine Schlacht, zum Beispiel in Strategiespielen wie StarCraft, so erhält er eine Belohnung zum Beispiel in Form von Ausrüstungsgegenständen, Stufenaufstiegen, Spielgeld, besseren Einheiten etc. Teilweise erhält man schon eine Belohnung, wenn man das Spiel täglich startet, zum Beispiel in Wait, Shadow Legends. Eine negative Verstärkung liegt vor, wenn durch Entfernen eines unangenehmen Reizes ein Verhalten häufiger auftritt. Beispiel Durch den Kauf von In-Gain-Gegenständen gewinnt Pascal häufiger, der negative Stimulus der Niederlage wird seltener oder ganz entfernt. Pascal kauft daher zukünftig häufiger In-Gain-Gegenstände. Eine positive Bestrafung liegt vor, wenn durch Hinzufügen eines unangenehmen Reizes ein Verhalten seltener auftritt. Beispiel Pascal spielt ein Spiel so schlecht, dass ihn seine Online-Mitspieler auslachen. Pascal spielt daher das Spiel nicht mehr online. Eine negative Bestrafung liegt vor, wenn durch Entfernen eines positiven Reizes ein Verhalten seltener auftritt. Beispiel Pascals Lieblingsheld in Diablo stirbt einen Permadeath, das heißt er kann diese Spielfigur nicht mehr spielen. Pascal spielt das Spiel in der Folgezeit weniger. Wie du in diesem Video gelernt hast, können alle vier Arten der Operantenkonditionierung mithilfe von Computerspielen verdeutlicht werden. Findest du noch weitere Beispiele für eine operante Konditionierung im Gaming-Kontext beispielsweise in deinem Lieblingsspiel? Dann schreibe einfach einen Kommentar.